Ihr Männer wollt mit jeder halbwegs attraktiven Frau ins Bett gehen können. Aber alles aus eurem direkten Umfeld muss treuendenthaltsam sein. Ja, logisch. Mit Sex hat man ja eigentlich immer nur Probleme. Der eine hat zu viel. Du bist nett. Nee. Doch. Das täuscht. Der andere, ja zu wenig. Manchmal will man ihn sehen. Los, pass meine Titten an. Was? Pass meine Titten an. Warum? Quatsch nicht, was ist die Ange? Und manchmal eher nicht so. Du bestellst mich hierher und dann machst du mit einem Callgirl rum? Meint die mich? Mama, sei jetzt bitte ruhig. Jetzt hör doch mal auf, diese Frau Mama zu nennen. Oh, deine Freundin gefällt mir. Aber eines ist sicher. Kein Sex ist auch keine Lösung. Auf was für Typen stehen Sie so? Ich stehe auf Indiana. Ah, zum Zufall. Meine Freundin nennt mich Winnetou. Demnächst im Kino.